Lass das Mastur mal eine Woche weg. Lass mal aufs Handy gucken eine Woche weg. Lass das Feiern gehen mal eine Woche weg. Der erste Schritt ist nicht, dorthin zu arbeiten, wo du hin willst. Der erste Schritt wäre, die Dinge sein zu lassen, die dich aktuell mit dem befüllt haben, was du nicht in deinem Leben haben willst.